Um Knete selber zu machen, beginne damit eine ganze Tüte Marshmallows in eine Mikrowellen-geeignete Schüssel zu schütten. Gib dann 320 Gramm Maisstärke hinzu und rühre 80 Milliliter Raps oder Olivenöl und am Schluss noch 45 Milliliter Wasser unter. Stelle diese Mischung für 30 Sekunden in die Mikrowelle. Nimm sie dann heraus und rühre die Masse um. Wiederhole das Erhitzen in der Mikrowelle und das Umrühren, bis alles vollständig geschmolzen ist. Dies sollte nach etwa 2 Minuten der Fall sein. Ziehe die Masse zum Schluss auseinander, falte sie zusammen und knete so lange, bis sie geschmeidig ist. Du kannst sie im Kühlschrank in einem luftdichten Behälter bis zu einer Woche lang aufbewahren.